Und willkommen zurück bei The Chronicles of Radical Escape from Bajo Bay. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Oh, Augen. Das war... Kuh war die Augen. Nee, Journal wollte ich, genau. Missionen. Ich glaube, wir müssen jemanden zum Kampf herausfordern, ne? Okay, wir haben eine Menge zu tun, wie ich es gerade sehe. Oh ja, haben wir. Jamaluddin will alle Blue Skins tot sehen. Was noch? Wilkins will wissen, ob Jagger Rollins noch lebt. Ja, da müssen wir eine Minen für. Die rote Tube in Abschnitt A. Das Erholungsgebiet sind zwei PPPs, die Gulagstube gestohlen haben. Abschnitt A. Das merken wir uns mal. Nurses Schulden. Die Nurses leid ihnen Geld. Blablabla. Rings. Ja, Futterbereich. Gut. Wir müssen eigentlich überall hin. Kann ich da? Achso, nur Workpress, nur Admin. Okay. Ja, dann... Ich werde nicht helfen, dass du in die Mines gehen kannst, wenn das was du willst. Das ist unmöglich. Die Mines? Ich muss sie hinunternehmen. Du solltest mit Flores sprechen in der Courtyard. Ich arbeite da 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 da. Ich habe da von mir aus, und ich werde mich verletzt, wenn ich meine Gläser nicht verletze. Wenn du da 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 da, kannst du schauen, um den großen Elevator in der Mines zu verletzieren? Ich habe eine Sache für die Augen. Mensch, 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 Mensch. Jeder drückt uns hier irgendwas auf. Das ist ein bisschen... Arena A. Ja. Ach nee, Area. Nicht, ja. Gut. Das war ein kleiner Fail-Zubeginn. Mein Gott, muss mal drin sein. Und keine Grafik wächst. Das ist besser schon. So, wir sind hier... Welchen Block sind wir denn hier? Hä, hä, hä? Was willst du denn? Hä? Hä? Komm her! Schieß doch! Ach, schieß lieber nicht. So, äh, du bist Kusa, genau. Ich meine, dass wir hier nichts wollten. Tutong, ja. Nee, hier, achso, wir sind hier in... Wir gehen jetzt in C. Exit door will within... Die... Second. Okay. Das ist eine Ansage. Wir müssen jetzt wieder nach A, nehme ich an. Das war D. Gut, jetzt sind wir in C. Kommen wir logischerweise zu B. Aber ich möchte trotzdem mal gucken... Ach, Wilkins. Nee, von Wilkins wollten wir... Achso, ja genau, er wollte wissen. Komme ich, nein, komme ich nicht rein. Nurse, das war Schuldenantreiber. Gulag, ja, der wollte auch irgendwas. Das Gulasch. Muss mich grad mal so ein bisschen orientieren wieder. Sag mal, Kollege, tut das nicht weh? Oder bist du sowas wie ein Zauberer Illusionist? Mal ehrlich. Au. Oder hast du... Bist du gefangen... Oh, egal. Bist du... Vielleicht ist er gefangen, vielleicht hat er das Ding auch einfach durchgetreten, weil er einfach scheiße wütend war. Und... Ah. Ah. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ja cool. Was sind Gebetsteppiche sollen das sein? Also, da ist Mekka. Gut zu wissen. Also, wenn wir hier mal irgendwann raus sind, wissen wir wenigstens, wo es lange nach Mekka geht. Und da ist wir... Alilador... Das State Bag. Ach, Feedboard, da. Warte mal, aber Zellenblock A war doch irgendwas, ne? Nee, da wollen wir nicht hin. Die sind böse. Was ist das hier? Aha. 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 Lukas, würdest du mir sagen, was das ist? Bitte. Cricket. Hust mich nicht an, Kollege. Huste mich bitte nicht an. Äh, Dive-Off-Club, ja. Wir möchten ins Futter-Reservoir. Hey, lila Tür. Und Ladezeiten. Ladezeiten. Es wird gespeichert. Wunderbar. Das ist B.S. Und du kennst es. Ich verwege. Swear auf alle was du willst. Es ist immer B.S. Ich hab es nicht bullschüpf, Entregl. Ich sage, es ist wahr. Oh, nö, 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 nö. Get your goddamn head checked by a shrink or something. I've done that before. Ain't no fun. Oh, yeah? Well, do it again. And let him this time analyze your mind like that guy Sigmund Floyd. Sigmund? Who? Sigmund Floyd, man. He was the psycho professor from a long time ago or whatever and had this idea that all guys want to screw their mom or something like that. Also, he discovered the mind and other stuff like cerebral stuff. The mind? Yeah, the mind. You know what? Shut the hell up, okay? I'm trying to explain. Relax. Sorry, Holmes. Anyway, this guy, he like discovered the mind and shit and everything. Dreams, subconscious, hypnotizing and fucking who knows what happens. You don't say. Now that is hardcore. Yeah, Sigmund Floyd. You don't say. It don't talk to Kuehlias. He's in charge here. Get out of here, Maestro. Kuehlias is our man. Er wahrscheinlich. Hey, talk to Kuehlias, alright? He runs the show. You got a problem, huh? The Serenos blessings don't come free. Get it? We got a list from a guard with the names of some snitches. But some asshole grabbed it. I want to know who. And I want that list. I find anything. I'll let you know. Schön, wie er einfach nie sagt, ja, ich helfe euch, oder ja, ich mach das. Sondern ja, wenn ich da mal vorbeikomme, dann eventuell, wenn ich grad nichts besseres zu tun habe. Denn ich bin ja Riddick die obercoole Sau. Au. That's where they take you if they don't want witnesses. There's no surveillance there, man. Nothing. No surveillance. Mmh. Nö. Gut zu wissen. Lass mich mal... Ey, ich möchte hier gucken. Hallo. Bitte, bitte mal zur Seite. Bitte. Gehst du mal bitte? Meine Zuschauer möchten das auch sehen. Hey, ist ja Wien-Amerika. Oh, da war Böse. Oh, da war Böse. Was bist du eigentlich? Kollege. Ich mag es nicht, einfach angegriffen zu werden. Arschloch. Gift. Ha, ey, war ein Geschenk. Ach so, Gift. Die wird geschossen. Aber nicht, ich hoffe nicht. Doch, oder? Schießt es auf mich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich nervig. Worauf schießt es? Hä? Hä? Ah, auf mich. Gut zu wissen. Tod, oder? Nur... Tod wahrscheinlich. Ja. Interessant. Gut, dann machen wir das jetzt mal anders. Moment, ich muss... Oh, schon. Ja, keine Überwachung. Ja, ich mach hier nix. Ich geh jetzt einfach da hin und lassen... Die Kameras werden ja schön den Rest machen, nehme ich mal an. Wo ist er? Hä? Hä? Wo ist er hin? Da ist er. Ja, komm. Ich mach hier gar nix. Ja, komm her. Wieso ich denn jetzt? Wieso ich denn jetzt? Ich hab doch gar nix gemacht. Ich will mich verarschen. Ich hab doch gar nix gemacht. Ja, ja, ja. So. Warte mal. Kameras? Ne, hier sind keine Kameras, ne? So, dann töten wir ihn mal hier. Wo wir uns die Kameras nicht sehen. Vielleicht war das doch der Knackpunkt. Ah, kurz. Helfen kann er ja. Muss mich nicht mehr lassen. Dann komm her. Und von unten. Arschloch. So. Ich hoffe, diesmal hat uns nichts gesehen. Ne? Scheint alles in Ordnung diesmal zu sein. Wunderbar. Das ist gut. Schumann hat ihm selber noch eine Chopee last night. Hm. Jun bug scalp this time. Ja. Und eine tough mother, too. Schumann ended up on the floor. Scheint alles in Ordnung. Scheint alles in Ordnung. Had to use a shill. Had to. Can't help you, buddy. Wanna trade? Talk to Monster. Dinah's closed. But life could be worse. What's on your mind? What are you trading? Not much today. I got a vento. A club and a ship. All custom made. Not interested. Stop following me. I got important stuff to do. Stop following me. I got important stuff to do. Stop following me. Stop following me. I got important stuff to do. Ja. Bin ich mir egal. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du das hast. So. Irgendjemanden sollen wir hier rausfordern. Den wir die... Das Esszimmer einschlagen. Du brauchst mir frei, buddy. Ich glaub, der hat den Mund etwas voll gehabt. Gut. Wir haben unseren Kampf. Mehr will ich nicht. Willst du trade? Willst du trade? Ich und Monster fahren den trade-bunk in der Butcher Bay. Er hat die Goods. Ich hab's die Smokes. Nö. Nicht interessiert. Nö. Nö. Ich bin nicht Raucher. Warum soll ich denn Geld für Zigaretten ausgeben? Ja. Das war hier... Ich kümmere mich jetzt erstmal um... Das fette Schwein, wollte ich sagen. Nee, das ist ja... Hallo? Nee, das ist ja gemein. Ich möchte mich erstmal um den Kampf kümmern. Und dann... Kümmer ich mich mal so ein bisschen um die Nebenquests. Denn... Die müssen irgendwie mal abgearbeitet werden. Weil ich meine, wenn wir die Kämpfe alle gewinnen, dann kommen wir ja... äh... Story-technisch weiter, dann können wir hier nichts mehr machen. Ach, ich mag ihn. Ich mag ihn gut. Heute, Leute, wir sind in Glück. Der spektakulärer Neukammer Reddick ist gegen Sawtooth. Und er hat 16 Kilo in der Zirke. Krieg! Das ist meine Marke. Waaah! Das Messer. Waaah. So, einfach nicht zuschlagen lassen. Genau. Perfekt. Wenn das K-3 gewonnen hat, hätte ich Geld verloren. Also, ich glaube, dass ich dir einen gewonnen habe, würde ich? Hey! Do not eat contents. Schön. Ich glaube, das will ich gar nicht aufheben. Ja, will ich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich dann erschossen. Du hast hier eine Medstation. Ja. Dann. Flackernes Licht. Fuck you. Ich trage dich richtig, wenn der Welt dich falsch tragt. Ja. Alles klar. So. Journal. Jetzt arbeiten wir das doch mal ein bisschen ab hier. Genau. So. Blue Skins. Für alle Blue Skins tot sind. Okay. Die Minen. So legt man sich mit Wächtern an. Kämpfen sie, bis sie BAM treffen. Oder lassen sie sich mit Ruhe schlafen. Zertunen, dann entsteht Kämpfe. Blablabla. Achso, ja. Hm. Blue Skins. Ja. Ja. Da muss ich eine Minen für. Abschnitt A. Das Erholungsgebiet sind zwei PPPs. Okay. Die muss ich... Abschnitt A. Nurse Light ihnen Geld, wenn sie ihm helfen, es von Binks einzutreiben. Okay. Binks. Besorgen sie Gift und mischen sie es. Alles klar. Das machen wir jetzt als erstes. Wir gehen mal Abschnitt A. Und in den Futterbereich. Und mischen ein bisschen Gift unter die Leute. Unter Binks Essen. So. Jetzt sind wir in Abschnitt A. Aber hier sind... Ich müsste zwei PPPs finden. Oder sind das... Nee, das sind nicht die. Doch. Hey, schau hier. Denkst du. Hey, Mann. Wie geht's? Ich bin gut. Mhm. Schon wieder. Nee. Okay, das ist dann... Ich dachte, das wären jetzt die gewesen. Mal Abschnitt A. Ja, ja, ja. Bete mal. Moment, nimm mal was anderes. Jetzt gehen wir halt erst in den Futterbereich. Das ist doch Abschnitt A. Hm. 2. 2. Aber die kann ich halt nicht töten. Das ist das Problem. Tower 19. Warum komm ich nicht bei Tower 19? Hm. Egal. Als erstes. Wie... Dann nochmal 10. Erstes mit dem Futterbereich als erstes. Mein Gott. Ja, hört auf zu reden, wenn ich komme. Es gibt mir das Gefühl, dazu zu gehören. Ihr seid zurück und... Ich stehe immer mehr. Was's up, Mann? Was's up, Mann? Was's up? Ach, der liegt immer noch da. Wie schön. So, wo ist Binks? Shivers. Binks. So, und da ist dein Essen? Ach, lass mich durch, Mann. Wo ist dein Essen? Du hast den Tod verdient. Du bist unhöflich. So, wo ist dein Essen? Wo ist dein Essen? Wo? Ah. Okay. Okay. Zufall. Hilft durchs halbe Leben. So, wo ist dein Essen? Ah, da. Hm. Das sieht... Das sieht auch schon so lecker aus. So, wir warten. Ich hab nichts gemacht. Überbelichtung. Hey. Blumeffekt. Nicht mal Besteck haben die hier. Na? Musst du aufs Klo? Hey, das war Abführmittel. Hehehe. 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 Fuck off, man. We're busy. Fall um. Du wirst ein bisschen weiß im Gesicht. Egal. Das klappt schon. Bestimmt, wenn ich jetzt gehe und wiederkomme. Aber ich hab jetzt die rote Tube gefunden. Hm. Wer wollte denn nochmal seine rote Tube für die Einsamstunden haben? Gulag. Okay. Wunderbar. So. Gehen sie jetzt zurück zu Nurse. Wunderbar. Ja, dann machen wir Nurse und Gulag aufsuchen. Das ist doch ein schöner... Schöner Schluss, würde ich sagen. Kommen wir jetzt nochmal... Ganz ruhig da. Ne, so ein Gulag. Ne, du hast ja halt... K... Kusilia... Kassilia... Ica... Keine Ahnung. Irgendwas... Irgendwas latinisches. Latinisches vor allem. Latinomäßiges. Irgendwas spanisches. Oder mexikanisches. Da es sich um ein afrikanisches Franchise hier handelt, würde ich immer an Latino tippen. Also irgendwas... Mexikanisches, ja. Isudin. Jamaludin. Ah. Ich erkenne eine Verbindung. Haha. Ne, du warst ja Pink. Genau. Gut an der Kappe zu erkennen. Pink ist der Mann mit dem Stein im Fuß. Oder dem Fuß im Stein. Je nachdem. Ha. Beide. Ja. Kleiner... Fehler. Ja. Good work. I got the money back from Binx. Okay. Here's a little bonus. Now if you need money, feel free to ask anytime. I'll loan you interest free. Yay. Yay. Designed to make you dizzy. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und no fighting. Ja, das ist ein gutes Thema. Jetzt gucke ich doch nochmal ganz kurz ins Journal. Ja. Unsere Zigarettenpackungen. Ah, herrlich. Da können wir auch ein bisschen abwinken. The work pass. Okay, okay, okay. Da haben wir noch zwei Sterne. Okay. Die Spitzenliste. Die Serenos Gang hat eine Liste von einem Wächter. Von einem Wächter. Darauf sind da... Blablabla. Die Sereno Gang. Hm. Shurik hat seine Brille neben ihn. Ja, da muss ich ihn neben ihn. Wilkins will wissen, ob Jagger Valens. Ja, Blue Skins sollen alle tot sein. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem Ringkampf dann. Würde ich sagen, gehe ich noch schnell zurück und besorge mir den Kampf. Oder ich gehe zumindest schon mal zurück in den Bereich. Ich dehne den Part jetzt nochmal so ein bisschen aus hier. Mein Gott. Was soll man noch sonst machen? Könnt ihr derzeit noch die ehrlichen Textilien bewundern. Die so wunderschön aussehen. Und euch haue ich auch irgendwann auf die Schnauze, Kollegen. Ihr werdet alle sterben. Alle. Alle. Und das war eine komische Stimme, hey. Weil er es kann. Weil er es kann. Bei der Durchsuchung eben, dass sie mein Messer nicht gefunden haben. Ich will nicht wissen, wo Riddick es verletzt hat. Versteckt hat. Also, hm. 5 Bucks. Und auch nur einen neuen Krieger. Du wirst das Show. Du bist 20 Bucks richerer. Bring mir die nächste. Die Prüfung wird jetzt sehr schmerz, Riddick. Nur Kusa ist left. Und ich wüsste, dass ihr ihn mitnehmen könnt. Aber wenn ihr versuchen wollt, er ist in der Stimme. Ja. Wir kennen Kusa. Okay. Dann kämpfen wir das nächste Mal gegen Kusa. Hier ist noch die Zeichen des Vorkampfes. Ja, ja. Die 17. Unser Rücken war eingeritzt. Zwischen unseren Schulterblättern. Mit schmerzverzerrtem Gesicht haben wir diese Qual auf uns genommen. Und ich sage jetzt. No physical contact at any time. Und damit sage ich auch. Tschüss liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.